Völlig durchgeschwitzt, steht er da und kriegt dafür nicht mal ein Honorar. Der Praktikant ein Hochqualifizierter, jahrelang studiert. Jetzt kopiert er und der Kaffee läuft. Er heftet ab und völlig ausgenutzt. Von der Firma hat der Praktikant voll das Schwimmelost. Die Praktikantin wird ein bisschen panisch. Festanstellung gibt's hier schon mal gar nicht. Hallo Chef, ich brauch doch Geld zum Leben. Kannst du nicht danach nicht übernehmen. Na klar. Echt? Nein. Das war ein Scherz. Und die kommen nicht weiter auf der Karriereleiter. Völlig ausgenutzt. Und der Firma haben die Praktikantin voll das schwere Land. Und damit ist auch Rotterdam komplett überschwemmt, während in der Lüneburger Heide der siebte aktive Vulkan entdeckt wurde. Aber hey, auch positive Nachrichten im Jahr 2031. Extra 3 läuft weiterhin in der ARD-Mediathek, moderiert von ihrem Kaistian Ehring. Denn es gibt keine Menschen mehr. Aber die ARD-Mediathek überdauert jede Apokalypse. Achtereitenに immer ein aesthetores Tem sheitese kommt. Aber das soll man nicht nachden thinking.